Ich spawne als Support, in der Medic hat ein Loch im Kopf Klar, wenn ich so spiele und mir nebenbei die Socken stopf Dann bin ich Sniper, doch ich sterbe von ner RPG Weil ich statt Köpfe leider nur ne Saiyans Pferde seh Dann werd ich Jetpilot, doch mein Jet in Mode Denn mein Problem, ich fliege und mach dabei Abendbrot Ich ess mein Brötchen, doch immer ohne Hände Im Gelände fahr ich Jeep, doch wen ist hier schon Ende? Läuft es bei euch ähnlich? Ich hoffe, dass ihr Glück habt Ich brauch eine Freundin, die mich beim Zocken fittert Mir die Zähne putzt, während ich im Heli fliege Mir mein Kissen bringt, damit ich auch gemütlich liege Origin startet, in der Serverschlange wartet Meine Klasse wählt nen Killmacht und mich weckt, wenn es zu hart wird Ich bin Soldier, der damals diesen Zettel hielt Das erste Date ist perfekt auf dem Battlefield mechanistische Visa casually quilte anche ausgerler im factions Das erste Date hat diesen Zettel hielt Wid Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020